Hallo, ich bin Julia und ich zeige euch, wie dieses Knobelstuhl funktioniert. Das funktioniert so, man nimmt diese Schlaufe, steckt sie durch das beliebige Loch, nimmt die Perle und dreht sie dadurch zurück. So ist der Ring befreit. Um den Ring wieder dran zu kriegen, muss er wieder über die Schlaufe drüber gezogen werden und die Schlaufe muss wieder durch das Loch. Die Perle muss wieder vorwärtsladen. So ist es fest.